Herzlich willkommen in unserem Video über das charmante Café Uferglück, gelegen im malerischen Wiesenhaus am Rand von Köln, wo Kunst und Kulinarik sich treffen. Das Café bietet nicht nur ein exquisites Frühstücksangebot und spritzige Getränke zum Sundowner, sondern auch eine dauerhafte Kunstausstellung der Kölner Künstlerin Ulla. Das von ihr geschaffene Bild, das wir euch hier in diesem Video zeigen, könnt ihr in dieser Umgebung persönlich erleben und erwerben. Direkt am Rhein zwischen Köln-Poll und Köln-Westhofen entdecken wir, Sandra und Christian von der Carideo Image- und Eventfilmproduktion unsere kreativen Pausen neu. Die Künstlerin Ulla, die mit Leidenschaft in der Acrylmalerei und speziell in der Puring-Technik arbeitet, hat hier auf der Schälsig ihre kreativen Wurzeln. Ihre Werke, darunter die berührenden Trauersteine und lebhaften Holz-Schlüsselanhänger, können nicht nur bestaunt, sondern auch erworben werden. Als Stammgäste des Cafés empfehlen wir das Uferglück allen Kunstbegeisterten und denen, die einen Ort zum Genießen und Feiern suchen. Wir laden euch ein, dieses Video zu liken, zu teilen und zu kommentieren, um die Gastfreundschaft des Cafés und die Kunst der Künstlerin Ulla über die Grenzen von Köln hinaus bekannt zu machen. Wir sehen uns im Uferglück, Sandra und Christian.